104.6 RTL, Berlins Hitradio mit Gerlinde und dem coolsten Job, den man sich vorstellen kann an dieser Stelle jedenfalls. Ich sitze hier mit Blue. Hallo Leute. Hallo. Du warst gerade auf der Stelle und was mit den Fans passiert war, war unglaublich. Also das ist wirklich Wahnsinn, wie die Fans gerade abgegangen sind und jeden Song mitgesungen haben. Wie war das für dich, nach all diesen Jahren? Es war so großartig, hier in Berlin in einer großen Radiostation für RTL zu performen. Also, alle hatten diese orange Hände, die in der Luft waren. Man hat so ein See von 15.000 Leuten mit großen orange Händen. Es war großartig, zu schauen und zu sehen, alle Reaktionen und die Apprechiativität der Songs. Ist das eine Worte, Apprechiativität? Ist das eine Worte? Nehle Apprechiativität? Sie sagen, wir sind Englisch, aber unsere Gramm ist falsch. Okay, also ganz großes Kino da draußen. Die waren total begeistert, weil die ganzen orangenen Hände in der Luft waren. Und sie auch sagen, dass sie sich einfach freuen, dass sie dabei sein durften zum Geburtstag von RTL. Das was Besonderes ist. Haben die Fans über die Jahre verändert? Sie haben älter. Also jetzt sind wahrscheinlich die Kinder. Nein, es ist lustig. Wie Dungan sagt, wenn man nachher schaut, alle alten Fans, die wir von dem Tag erinnern, als wir erst angefangen haben. Die jüngeren Kinder, die jüngeren Kinder. Ich habe mir gedacht, wer sind diese Leute, die auf dem Stadion zu gehen? Aber sie haben es auch gefühlt. Aber die Fans haben mit uns gewonnen. Und sie sind großartig. Danke, deutschen Fans. Sehr süß. Also sie sagen, naja, das Publikum hat sich natürlich verändert. Die sind älter geworden. Und sie erkennen die Fans, die sie kennen. Weil die sind halt ein bisschen älter und freuen sich sehr. Und die Jüngeren stehen da und sind so, wer ist denn das? Aber die scheinen sich trotzdem sehr amüsiert zu haben. Also, wann und wie haben Sie die Reunigung erreicht? Und warum? Erstens, es war unser 10-jähriger Anniversary. Und wir haben entschieden, dass wir lange genug sind. Und wir haben uns ein bisschen missen. Also, wenn man sich alleine rauskommt. Also, wenn man sich alleine rauskommt. Wenn man sich alleine rauskommt. Aber ich denke, wir sind mehr als vier. Und wie ich gesagt habe, wir haben uns ein bisschen missen. Es war einfach so, dass wir wieder zurückkommen. Und hier sind wir. Also, die sind wieder zusammengekommen, weil sie sich sehr vermisst haben. Und jetzt haben sie ein 10-jähriges Jubiläum gehabt. Und gesagt, es ist eigentlich eine gute Möglichkeit, wieder zusammenzukommen. Und sind Sie oft in Berlin? Ja, wir haben hier viel Zeit verwendet. Und wir werden hoffentlich mehr Zeit verwendet. Wir werden jetzt auf dem Album arbeiten. Also, wir werden bereit sein, ein neues Single zu eröffnen. Wir sind wirklich begeistert. Es geht wirklich gut. Es ist ein neuer Sound für Blue. Es ist ein neuer Zeit. Also, es ist 10 Jahre lang, von dem wir erst angefangen haben. Und dieses Album ist wirklich beeindruckend für uns. Also, sie machen jetzt was ganz was Neues und was ganz anderes. Ein neues Album, neue Single. Es ist total aufregend. Und sie sind ja viel in Berlin. Also, ihr habt ihr in der Stadt gehalten? Wo können die Mädchen dich treffen? In Berlin? Ja. Unsere Flugzeit ist am 7 Uhr am Morgen. Also, wir müssen das Hotel am 6 Uhr bleiben. Also, ich glaube, wir gehen heute Abend zum Club, Party, und dann direkt vom Club zum Airport. Aber sie können zum Hotel kommen. Okay, also, ihr könnt jetzt alle Hotels der Stadt abklappern und die Jungs suchen, weil sie die Nacht hier verbringen werden. Oder, wenn sie wirklich, wirklich, wirklich wissen wollen, was wir machen wollen, Also, ihr könnt uns auf Twitter auf www.officialblue.de oder individuell auf Antony Costa, auf Simon Web 1 und auf Mr. Duncan James. Also, sehr professionell. Kannst du das wieder machen? Was? Burp? Das stank, nicht wahr? Ja. Hat mich gerade angerülpst und es riecht merkwürdig. Also, ganz normale Jungs, wie alle anderen auch. Nur ein bisschen erfolgreicher und können ein bisschen besser Musik machen. Also, die scheinen gerne Party zu machen. Sie mögen die deutschen Mädchen. Und du mögen die deutsche Mädchen? Ich finde, die deutsche Mädchen sind fantastisch. Sie haben immer, wie ich schon gesagt habe, sie sind fantastisch. Sie haben immer sehr gute Fans. Und sie haben jetzt jetzt gelungen, junge Mädchen zu sein. Also, die mögen die deutschen Fans. Und das sind alles ganz hübsche junge Frauen geworden jetzt. Also, danke euch, dass ihr hier seid. Danke sehr. Party auf. Und bitte, bitte, sign our Wall. Kann ich nur sagen, dass wir uns auch sehr herzlich willkommen haben, denn wir sind seit langem Zeit weg. Und es ist wirklich toll, dass wir hier sein. Und danke euch allen, die uns für Eurovision unterstützt und uns für das nächste Album unterstützen. Wir freuen uns wirklich. Also, ein ganz, ganz großes Dankeschön an die Fans. Also, danke euch allen.